Musik Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Planet Centauri. Unsere Hühner brüten fleißig ihre Eier. Unser Mais, so heißt es, wächst und gedeiht. Ich will mal gucken, hier haben wir Blumen. Wir könnten mal wieder Blumen ausmisten. Aber so viele, glaube ich, haben wir gar nicht. Nee, wir waren nämlich die ganze Zeit am Gold suchen, um diese bezaubernde Rüstung endlich fertigzustellen. Hat auch lang genug gedauert. Ich finde sie geil. So eine richtig goldene Miezekatze. Geil. Tut mir leid. Was ist denn das? Antique Door. Die könnten wir eigentlich auch verwenden. Wir haben nämlich in der letzten Folge, wer es nicht gesehen hat, Schande über euch. Oben einen neuen Raum gebaut. Und zwar den Fleischraum. Also Fleischraum hier. Da haben wir diese Tür verwendet. Und das könnten wir hier doch eigentlich auch machen. Die gehört ja auch hier zu. Was eigentlich total bescheuert ist. Guck mal, wie hoch die Tür ist und wie hoch diese Stühle sind. Hm. Aber ich habe jetzt die ganzen Steine nicht hier. Egal. Das machen wir ein anderes Mal. Die legen wir jetzt wieder hier rein. Hallo? Dankeschön. Und ich würde sagen, wir erkunden heute, nachdem wir diese ganzen Eier mitgenommen haben, weiter die neuen Gebiete rundherum. Denn jetzt haben wir ein stärkeres Schwert. Wir haben kein Gold mehr. Und wieso hauen meine Hühner vor mir ab? Hallo? So. Ja. So. Rennt schon... Rennt mir schon mein... Mein Dreck Erde nach. Und... Jetzt hoffe ich auch, dass wir nicht mehr so schnell drauf gehen. in den nächsten Biomen. Denn irgendwie bis Sun sind wir gekommen. Aber auch nur mehr schlecht als recht. Aua. Aua. So. Bis hier sind wir immer gekommen. Und dann sind wir kläglich an diese... Wir werden es mit Sicherheit bald sehen. Habe ich die? Ne. Aua. Warum ist der vergiftet? Oh, ich bin vergiftet. Lasst mich in Ruhe. An den da. Und diesen Raupen gestorben, Alter. Was ist falsch mit denen? Die sind... Die... Oh. Die lassen einen überhaupt nicht mehr in Ruhe. Das ist irgendwie fast so wie... Wie die Geister in der Höhle. Da muss man auch erst mal drauf kommen, wie man mit denen umgeht. Und da habe ich einmal kläglich versucht, mich von denen wegzubauen. Ja. Kam natürlich durch die Erde wieder. Was ist das? Alter, guck mal, wie schnell das Ding geht. Oh, geil. Und ich habe mich da stundenlang im Abgegraben. Wie so ein Vollidiot. Na ja. Ich bin jetzt schon echt enorm gespannt, was jetzt als nächstes kommt. Für ein Biom. So weit bin ich noch nie. So. Mutz, mutz. Geil. Geil. Aua. Mit einem Schlag gleich so, so down. Das ist richtig nice. Ey, nur... Ich kann die noch nicht erkennen, wann die kommen. So, erst mal noch ein Ei. Ich weiß, ich esse die immer viel zu früh, aber ist mir egal. Ey, wir haben immer noch so viel HP und sind schon mit Sicherheit fast durch. Oh, das war ebenfalls ein kläglicher Versuch, mal irgendwie hier wieder rauszukommen. So. Und den zerstöre ich jetzt, weil... Geil, wie schnell das geht. Das ist mega. Aua. Stimmt, ein einziges Mal bin ich so weit gekommen. Aber natürlich auch nicht überlebt. Aber... Ey. Ich find's so mega grad unsere neue Rüstung. Ich feier das so dermaßen. Du bist neu. Ey. Was ist das denn? Slow Level. Sind wir jetzt langsamer oder wie? Oh, kommt schon. Ich will hier durch. Ich will gucken. Ich will neue Dinge haben. Und den Baum. Kann ich mit einer Axt keinen Baum fällen, oder wie? Oh, was ist denn das für ein Spiel? Gut. Äh, mit einer Hacke keinen Baum fällen. Trinkt ihr anderes Holz? Mystic Wood. Anscheinend schon. Mal gucken. Wo haben wir das denn jetzt? Blau. Oh, ja. Alter. Was geht denn hier ab? Wie viele hier sind? So. Es wäre eine kurze Pause wahrscheinlich doch angesagt. Wir sind schon wieder halbe HP. Okay. Und hier sind immer noch so viele. Aua, aua, aua. Hm. Komm, wir lassen den jetzt da einfach in Ruhe. Und dann lässt er uns vielleicht auch in Ruhe. Oh. Wie viele sind denn hier? Die Nerven. Lass mich alle... Ach du Scheiße. Da ist ein Löwe. Lass mich in Ruhe. Ach du Heilige. Ha, ha, ha. That escalated quickly. So, ich spring da jetzt einfach drüber. Aua. Natürlich, ich kriege Fallschaden auch noch. Weil so ein scheiß Löwe hinter mir nicht genug wäre. Aua. Aua. Oh, lauf, lauf, lauf. Oh. Bin ich sie alle halbwegs mal durch? Nein. Alter, was? Ich bin weg. Ich bin weg, Leute. Oh, jetzt bin ich auch noch langsamer. Wieso? Bin ich hier am Ende der Map? Leute, ich bin am Ende der Map. Aua. Ich war am Ende der Map. Was ist hier passiert? Hier geht es anscheinend gar nicht mehr weiter. Also war ich schon am Ende. Nur ich wusste es eben nicht. Wie schnell ging das denn jetzt? Halt man anscheinend hier schneller vor dem Ding oder wie? Ja, komm, für was braucht man das denn? Schreibt es mal in den Kommentaren, wenn ihr wisst, für was man diesen Pokal hier braucht. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber hier kriege ich anscheinend was davon und ich weiß es nicht, was das ist. Brauche ich sowas? Oder ist das einfach nur mein Level? Ich habe keine Ahnung. Ja, ihr kriegt schon neuen Mais. Nur der muss jetzt erstmal reif werden. Chillt. Jetzt rennen wir in die andere Richtung. Ich will gucken, was da so kommt. Wir haben zwar jetzt gerade richtig auf die Fresse gekriegt, aber egal. Haben wir irgendwas, was unsere... Gut. So geht es natürlich auch. Look, 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 look. Hühnchen, Hühnchen, Hühnchen. Kommt zu Mami. Kommt her, aua. Oder ist das jetzt dasselbe, nur andersrum sozusagen. Ich bin jetzt richtig gespannt, was jetzt nach dem Biom kommt. Warte, was kommt? Ich weiß gar nicht mehr, in welche Reihenfolge jetzt die Biome kommen. Aber auf jeden Fall war ganz lang Sand und dann... Ach, hier ist Schnee. Nee, Schnee ist in die andere Richtung nicht. Stimmt. Ich bin schon so lange nicht mehr herumgereist. Aber den gibt es auch anscheinend in alle Biome. Ja, genauso wie ein Schleim. Nur einfach in anderen Farben angemalt sozusagen. Da haben wir Eis. Eis ist hier. Speziell genauso wie, das weiß ich noch, bei der Wüste war der Kaktus da. Speziell mit dem konnte ich was craften. Aua. Aber hier geht es ja noch von den Gegnern her. Ich habe natürlich jetzt kaum Leben mehr, weil ich so oft drauf... Seelen mehr, weil ich so oft draufgegangen bin. Aber... Egal. Ach du Heilige. Wo bin ich? Boah, ist der cool. Sieht ja aus wie ein Pokémon. Geil. Was ist das denn? Eislotus. Wie cool ist das denn? Hat der eigentlich mehr Damage? Boah, ich kriege den gar nicht. Ich habe ein iPhone denn gekriegt. Kann ich den brüten? Alter, what the fuck? Oh mein Gott. Lass mich in Ruhe. Ich schieße jetzt einfach mit dem Bogen auf dich. Habe ich noch Pfeile? Ich habe keine Pfeile mehr, oder wie? Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Ich habe keine Pfeile mehr. Und ich gehe hier drauf. Ich habe keine Pfeile mehr. Und ich... Warum mache ich fucking... Alter. Was ist denn hier heute los? Wenn ich Zeit hätte, könnte ich ja ein paar Tränke trinken. Was? Das Sandbiome ist auch das letzte? Was ist denn hier los? Hä? Wieso ist hier immer Ende? Nein, ich will nicht, dass hier Ende ist. Kann ich wenigstens im Kreis rennen? Oh, ich will wenigstens im Kreis rennen können. Gut, diesmal renne ich zurück, Leute. Ich schaffe das. Oder auch nicht. Mal gucken. Nein, wahrscheinlich nicht. Ich probiere es. So, lasst mich in Ruhe. Ich töte euch alle. Alter, sind das viele. Lasst mich doch in Ruhe. Oh, lasst mich doch in Ruhe. Alter, schon wieder so... What the fuck? Oh, nö. Ich habe das Ende der Karte erreicht. So. Oh, das finde ich jetzt traurig. Traurig. Hm. Was machen wir denn jetzt? Ich habe eine Idee. Wir gehen in unseren Dungeon. So, kriegen wir hier vielleicht mehr HP oder so? Ja, das ist möglich. Ja, das ist möglich. Scheint nicht so. Gut, dann gehen wir einfach und warten, bis er wieder nach oben geht. Bis wir hier beim Dungeon sind, dauert es so oder so eine halbe Ewigkeit gefühlt immer. Hm. Es ist ja echt schade, dass hier dann schon aus ist. Also, kann man sich jetzt nur noch nach unten irgendwie weiterentwickeln. Bis man dann irgendwie total imbar ist und alle umbringen kann, sozusagen. Hm. Schade. Das finde ich richtig schade. So. Und was ist jetzt los mit unseren HP? Wollen auch nicht besser werden. Uh, der hat den Chip Diamond verloren. Eigentlich müsste man doch aus dem jetzt auch schon bald mal was machen. Creep Blood Flare. Was? Was kann ich? Was tut das? Life Generation Level 3, das ist viel. Dann würde ich sagen, ab dafür. Ach, du Heiliger. Wie komme ich denn da durch? Hm, so. Kann ich das abbauen? Nee. Ähm, jetzt, jetzt, jetzt. gratuit. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal.